Hallo, herzlich willkommen zum MatheMOOC. Ich bin Ralf und studiere Mathematik an der TU Graz. Das sind meine Freunde Bob und Alice. Mathematik ist wirklich ein tolles Studium, weil da kannst du… Hey Ralf, dauert das noch lange? Lass uns lieber eine Pizza bestellen. Ich habe Hunger. Ja, coole Idee Alice. Aber eigentlich will ich gar keine ganze Pizza. Okay, dann bestellen wir halt einfach nur ein paar Stücke. Leute, jetzt lass mich mal ausreden. Wow, so viel Auswahl hier. Ich nehme einmal ein Drittel Thunfischpizza, zwei Viertel Spinatpizza und zwei Fünftel Salami Pizza. Hey Bob, das ist jetzt aber mehr als eine ganze Pizza. Und zwar drei Zehntel mehr als eine ganze Pizza. Oder so ähnlich. Was? Mann, oh Mann, wenn ihr wüsstet, wie Brüche funktionieren, dann würde euch das nicht passieren. Lasst mich das machen. Aber was ist jetzt eigentlich ein Bruch? Ein Bruch besteht aus einem Nenner und einem Zähler. Der Nenner, wie der Name es schon sagt, nennt, um was für Einheiten es sich hier handelt. Also zum Beispiel Drittel, Fünftel, Sechstel oder 5 Pi Quadrat Eder Drittentel. Der Zähler zählt, wie viele von diesen Einheiten wir haben. Also zum Beispiel eine, zwei, vier oder 17.384,7 plus Wurzel zwei. Und was kann man nun mit Brüchen alles machen? Zum Beispiel kann man sie kürzen. Mit dem Kürzen ist es möglich, einen Bruch zu vereinfachen, ohne seinen Wert zu verändern. Wenn wir zum Beispiel vier Sechstel haben, dann können wir 4 auch als zweimal 2 schreiben. Und 6 können wir als zweimal 3 aufteilen. Wir suchen eine Zahl x, in diesem Fall 2, welche sowohl ein Teiler vom Zähler als auch vom Nenner ist. Da x, in diesem Fall die Zahl 2, nun im Zähler als auch im Nenner vorkommt, können wir diese nun wegkürzen, ohne den Wert des Bruches zu verändern. Somit bekommen wir den gekürzten Bruch zwei Drittel, was dasselbe ist wie vier Sechstel. Schauen wir uns das Ganze nur noch einmal mit einer Pizza an. Wenn du eine Pizza in sechs Teile teilst und davon vier Teile aufisst, dann ist das das gleiche, wie wenn du sie in drei Teile teilst und von zwei Teile aufisst. Aber Achtung! Das Kürzen geht nur dann, wenn sowohl im Zähler als auch im Nenner die gleiche Zahl herausgehoben werden kann. Diese Regeln wird sehr häufig vergessen. So oft sogar, sodass dieser Fehler Einzug in die Lyrik gefunden hat. Aus Differenzen und Summen kürzen nur die Dummen. Aber nur so nebenbei, Differenzen sind eigentlich auch nur Summen und zwar eine Addition von negativen Zahlen. Zum Beispiel, minus 5 plus minus 3 ist minus 8. Was passiert, wenn man zwei Brüche addieren möchte? Was wird beim Addieren von Brüchen eigentlich addiert? Der Zähler oder der Nenner? Schauen wir uns das einmal bildlich an. Dann sollte es schnell klar werden. Welches Ergebnis bekommt man, wenn man ein Halb plus ein Halb addiert? Wenn wir den Nenner addieren, kommen wir auf ein Viertel. Nein, das macht definitiv keinen Sinn. Wenn zu einer positiven Zahl eine weitere positive Zahl addiert wird, kann es doch nicht weniger werden. Wenn wir den Zähler addieren, kommen wir auf zwei Halbe. Das ergibt ein Ganzes. Dieses Beispiel ist noch einfach, aber was passiert, wenn wir Brüche mit unterschiedlichen Nennern haben? Dazu müssen wir wissen, wie man Brüche erweitert. Das Gegenteil von kürzen nennt sich erweitern. Um einen Bruch mit einer Zahl x ungleich 0 zu erweitern, müssen sowohl Zähler als auch Nenner mit x multipliziert werden. Wichtig ist, dass der gesamte Zähler und der gesamte Nenner multipliziert werden. Das heißt, nicht wie in diesem Fall. Das Erweitern wird bei der Addition von Brüchen benötigt. Nämlich dann, wenn die beiden Brüche nicht den gleichen Nenner haben. Um zwei Brüche zu addieren, muss man sie also zunächst auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Das heißt, wir erweitern den ersten Bruch mit einer Zahl x1 und den zweiten Bruch mit einer Zahl x2, sodass die beiden Nenner übereinstimmen. Das heißt, es gilt Nenner b1 mal x1 ist gleich Nenner b2 mal x2. Ebenso muss der Zähler mit der jeweiligen Zahl x multipliziert werden. Anschließend können wir die beiden Zähler addieren. Hier nun ein Beispiel, wie man Brüche addiert. Der kleinste gemeinsame Nenner von einem Viertel und einem Sechstel ist 12. Um jeweils 12 als Zahl im Nenner der beiden Brüche zu erhalten, müssen wir im ersten Bruch 4 mit 3 multiplizieren und im zweiten Bruch 6 mit 2. Damit sich die Werte der Brüche nicht ändern, multiplizieren wir im ersten Bruch auch den Zähler mit 3 und im zweiten Bruch den Zähler mit 2. Wir haben also den ersten Bruch mit 3 und den zweiten Bruch mit 2 erweitert. Unser x1 ist in diesem Fall die Zahl 3 und unser x2 die Zahl 2. Rechnet man nun die Teile im jeweiligen Nenner und Zähler der Brüche aus, so erhalten wir 3 Zwölftel und 2 Zwölftel, was nun addiert 5 Zwölftel ergibt. Na endlich! Alice und Bob haben sich entschieden, welche Pizzastücke sie haben möchten. Alice bestellt eine Pizza Hawaii, die mit anderthalb Scheiben Ananas belegt ist. Bob ist neugierig und probiert die neueste Kreation der Pizzeria Alberto. Er bestellt eine Pizza Pacifica. Diese ist mit Kokosnuss, Thunfisch und mit einer Dreiviertelscheibe Ananas belegt. Hey, und da kommen die Pizzen auch schon. Hallo Tommaso, danke für die Pizzen. Wie geht's? Woher kennst du deinen Pizza boten, Ralf? Tja, ich jobbe nebenbei ein bisschen für die Pizzeria. Wow! Hi Ralf, alles klar? Kommst du morgen wieder? Ja klar! Oh je, ich hab jetzt nichts mehr übrig fürs Trinkgeld. Hier, nimm das und sorry. Haha, schau, Katie hat ein Stück von deiner Pizza erwischt. Katie, nein! Oh je. Jetzt stellen sich natürlich sofort 3 Fragen. 1. Hat sich Pizzabote Thomas über sein Geschenk gefreut? 2. Bekommt Katie Bauchschmerzen? 3. Wer hat nun mehr Ananas auf seiner Pizza? Alice oder Bob? Zumindest die dritte Frage kann ich euch schnell beantworten. Hierzu benötigen wir die Multiplikation von Brüchen. Sehen wir uns die Situation noch einmal genauer an. Auf Alice's Pizza lagen 1,5 Scheiben Ananas. Da Katie ein Viertel der Pizza aufgegessen hat, bleiben für Alice nur noch 3 Viertel der Pizza übrig. Von der Ananas bleiben ebenfalls nur 3 Viertel übrig. Wie viel Ananas bleibt also übrig? Das finden wir durch Multiplikation der Brüche heraus. Und zwar müssen wir dazu 3 Viertel mit 3 Halbe multiplizieren. 3 Viertel ist das gleiche wie 3 mal 1 Viertel. Also schreiben wir 3 mal 1 Viertel mal 3 Halbe. Dazu legen wir uns die Ananasscheiben ein wenig anders hin und nehmen uns von jeder halben Scheibe ein Viertel. Das ist jeweils ein Achtel von einer ganzen Scheibe, also insgesamt sind es dann 3 Achtel. Das machen wir jetzt 3 Mal, also erhalten wir insgesamt 9 Achtel einer Scheibe einer Ananas. Beim Multiplizieren von Brüchen werden Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. Dies ergibt in Summe eine ganze Scheibe Ananas und ein Achtel. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal mit Bob's Pizza. Also hat Alice mehr Ananas auf ihrer Pizza als Bob. Also nochmals zur Erinnerung. Beim Multiplizieren von Brüchen werden Zähler mit Zähler und Nenner mit Nenner multipliziert. Ein häufiger Fehler, der beim Multiplizieren von Brüchen gemacht wird, ist, dass nicht die gesamten Zähler und Nenner miteinander multipliziert werden, also beispielsweise 4 plus 1 durch 6 mal 3 Viertel, ist nicht das gleiche wie 4 plus 1 mal 3 dividiert durch 6 mal 4. Als Zähler wird der gesamte Ausdruck über den Bruchstrich bezeichnet. Man darf also nicht nur einen Teil einer Addition wie bei diesem Beispiel verwenden. Richtig wäre es, zuerst die Addition im Zähler durchzuführen oder den gesamten Ausdruck geklammert zu multiplizieren. Mh, die schmeckt super. Ist es eigentlich anstrengend, in der Pizzeria zu arbeiten? Naja, manchmal schon. Einmal, das muss ich euch erzählen. Kennt ihr den Weißen vom Berg? Ja. Einmal hat der bei uns eine Pizza bestellt. Ralf, ein neuer Auftrag für dich. Der Weißen vom Berg hat Pizza bestellt. Hier ist die Pizza. Bring sie ihm bitte zu seiner Hüte hinauf. Die ist 30 Kilometer entfernt. In zwei Stunden bist du sicher dort. 30 Kilometer in zwei Stunden? 30 geteilt durch 2 macht 15. Also muss man die Durchschnittsgeschwindigkeit 15 kmh betragen. Das schaffe ich locker mit dem Fahrrad. Puh, der Weißen vom Berg mochte seine Pizza nicht mehr. Sie war ihm einfach zu kalt. Er möchte eine neue Pizza haben. Oh, ja dann backe ich ihm eine neue Pizza. Aber schau, dass du es diesmal in einer Stunde schaffst. 30 Kilometer in einer Stunde? 30 geteilt durch 1 macht 30. Also muss man die Durchschnittsgeschwindigkeit 30 kmh betragen. Dann nehme ich aber lieber mein Moped. Na toll, die Pizza war ihm wieder zu kalt. Er möchte noch eine neue Pizza. Was? Noch eine? Na gut, aber diesmal bringst du sie ihm in einer halben Stunde. 30 Kilometer in einer halben Stunde? Da muss ich ja mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 60 kmh unterwegs sein. Dann nehme ich lieber den Lieferwagen. Sag nichts, ich habe schon die nächste Pizza gebacken. Du darfst nicht länger als eine Viertelstunde brauchen, sonst ist dir wieder kalt. 30 Kilometer in einer Viertelstunde? Wie soll ich das denn schaffen? Mit 120 kmh? Bleib, wo du bist, mein Junge. Ich bin zu euch gekommen. Jetzt wollen wir uns den mathematischen Aspekten dieser Geschichte noch etwas genauer widmen. Hier geht es um die Divisionen durch Brüche. Dazu betrachten wir alle Rechnungen noch einmal in einer Tabelle. Bei der ersten Pizza-Lieferung sollte eine Strecke von 30 km in zwei Stunden zurückgelegt werden. Die dazugehörige Rechnung lautete 30 durch 2 ist gleich 15, was eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 kmh bedeutet. Beim zweiten Mal sollten die 30 km in einer Stunde zurückgelegt werden. Die Zeit hat sich also halbiert. Folglich hat sich die Durchschnittsgeschwindigkeit verdoppelt. Das ist auch das, was unsere Rechnung ergeben hat. 30 durch 1 ergibt wieder 30. Bei der dritten Lieferung wurde die Zeit erneut halbiert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit hat sich also erneut verdoppelt. Die dazugehörige Rechnung lautete 30 durch 1 halb und wurde in die äquivalente Rechnung 30 mal 2 umgewandelt, die sich leicht lösen lässt. Wir haben also, statt durch 1 halb zu teilen, mit dem Kehrwert von 1 halb, das ist 2 durch 1 bzw. 2 mal genommen. Kehrwert bedeutet hierbei, dass wir einfach Zähler und Nenner vertauschen. Analog im vierten Fall. Die Zeit halbiert sich, die Durchschnittsgeschwindigkeit verdoppelt sich. Die dazugehörige Rechnung 30 durch 1 Viertel wird in 30 mal 4 umgewandelt. Erneut haben wir, statt durch 1 Viertel zu teilen, mit dem Kehrwert von 1 Viertel mal genommen. Das hier beobachtete Prinzip gilt auch allgemein. Wir dividieren durch einen Bruch, indem wir mit dessen Kehrwert multiplizieren. Hierbei ist es sinnvoll, ganze Zahlen wie zum Beispiel 2 oder 5 als Bruch zu schreiben. Also als 2-Eintel oder 5-Eintel. Die Multiplikation von Brüchen geschieht wie zuvor besprochen. Sehen wir uns dazu ein Beispiel mit größeren Zahlen an. 15 Zwölftel durch 3 Viertel ergibt 15 Zwölftel mal 4 Drittel ist gleich 15 mal 4 durch 12 mal 3. Dies wiederum ergibt 60 Sechunddreißigstel, welche wir umschreiben können zu 12 mal 5 durch 12 mal 3. Da wir jetzt die 12 rauskürzen können, ergibt es 5 Drittel. Sehen wir uns noch ein Beispiel mit anderen Zahlen an. 4 Drittel durch 2 ist gleich 4 Drittel durch 2 Eintel. Ist gleich 4 Drittel mal 1 Halb. Dies ergibt wiederum 4 mal 1 durch 3 mal 2, also 4 Sechstel. Da wir, wie beim Beispiel zuvor, die 4 in 2 mal 2 umschreiben können und die 6 in 3 mal 2, können wir die 2 wegkürzen und es ergibt 2 Drittel. Ich hoffe, die Pizza hat euch geschmeckt und ihr könnt das nächste Mal selbst ausrechnen, wie viele Stücke ihr bestellen wollt. Wann bist du wieder im Dienst? Dann bestellen wir mal eine bei dir. Bekommst auch ganz viel Trinkgeld. Ja, na dann. Untertitelung des ZDF, 2020